Ihr seid nur ein Haufen hirngrüssige Arschlöcher. Und wisst ihr wieso? Ihr habt doch noch nicht mal den Mut, das zu tun, was ihr wollt. Ihr braucht doch einen Typen wie mich. Ihr braucht Typen wie mich, damit ihr mit euren vollgeschissenen Fingern auf mich zeigt. Und sagt, das ist der Bösewicht da. Was seid ihr denn da durch? Gut? Ihr seid nicht gut. Ihr wisst nur, wie ihr euch versteckt und wie ihr leben könnt. Aber ich, ich hab so ein Problem. Ich hab so ein Problem. Wenn ich, ich hab immer die Wagen. Sogar wenn ich lege. Ich hab ne abgefuckte Kuchseln zum Bauch. Die ist nichts. Schlecht den ganzen Tag lang. Mit schwarzen Schatten unter den Augen. Ja, ich hab so ein Problem. Also, wir sind nicht nur ein Problem. Sogar ich, wir sind auch ein Problem. Das Video ist nicht gut. Aber ich hab, liebe dich, ich habe immer die Wagen. Also, wir sind gut. Okay, wir sind ein Problem. Sogar ich, wir sind kein Problem. Ich hab ich hier. Ich hab. 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 Also verabschiedet euch von dem Bösewicht. Macht schon. Ist das letzte Mal, dass ihr so einen miesen Kerl seht wie diesen, das sag ich euch aber. Weg hier. Macht Platz für den Bösewicht. Macht Platz für den Böse.